Ich würde ja sagen, man darf mir den Blüten. Ich bin der neidliche Vater. Was ist denn oft? Das ist mir sehr gut. Ich bin der nicht anwesend. Ich bin der nicht anwesend. Aber es kann doch kein Zutaten sein, dass es nichts mehr veransachtet ist. Und das ist ein bisschen ein Sprichmesser, ein bisschen ein Sprichmesser. Ich habe so einen Stress bei der Scheibe, über nichts zu Hause zu kommen. Aber es ist dann, wenn er eigentlich den Kontakt wieder aufgenommen hat, und das ist ja gut, dann habe ich ihn wieder aufgestimmt. Ja. Ich habe ja schon gesagt. Wir müssen den Kontakt mit dem Lernlauf nehmen.